So, hallo, wir machen weiter bei Infernum und diesmal wieder ohne Frohe Weihnachten 2021. Das hast du noch gar nicht gesehen. In dem Part, den ich gestern aufgenommen habe, habe ich noch schön von dem Weihnachtsvideo die Einstellung drin gehabt und habe das nicht gecheckt. So erst nach 15 Minuten ist mir aufgefallen, dass da noch dieses Frohe Weihnachten 2021 an der Seite entlang fährt. Ja, und ich habe dieses Level hier gespielt, Sarian, und da muss ich dich gleich mal was fragen. Hier ist am Anfang so eine Tür. Ist das praktisch die Konnentür? Sariel? Sany? Bist du noch da? Er ist verschwunden. Haben wir schon wieder Verbindungsprobleme? Ich glaube, wir haben schon wieder Verbindungsprobleme. Ich stoppe das hier mal kurz. So, Aufnahme läuft wieder. Höre ich dich jetzt? Mal schauen, ob du mich hörst. Ja, ich höre dich. Okay, das war gerade ganz komisch. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Du hast die Aufnahme gestartet und ich war weg. Unglaublich. Ja, aber du hast gesagt, du hast verstanden, was ich gesagt habe. Richtig. Sonst könnte ich ja behaupten, dein Gameplay war so zum Davonlaufen, dass ich einfach rausgegangen bin. Ja, noch war kein Gameplay. Kannst du mir dann sagen, ob diese Tür hier am Anfang die Konnentür ist? Ja, das ist die Konnentür, weil du ja beim Medium Auto Scrollen nicht einfach so einen Orpin packen kannst. Okay, ist das dann korrekt, dass ich in den Credits lande? Ja, das ist korrekt. Okay. Ist das dann auch korrekt, dass die Credits... Ja, das ist auch gewollt. ...die weiterlaufen lässt. Ja. Okay. Alles gewollt hier. Okay, alles gewollt. Sehr schön. Irgendwann kommt's. Da. Richtig. Wunderschön. Okay, alles klar. Gut, mehr wollte ich gar nicht wissen. Dann ist ja alles super. Oh, jetzt ist ja wieder zu. Ah, sehr schön. Gut, dann haben wir das geklärt. Sehr schön. Konnen will nur meine abstrakte Kunst diskreditieren. Habe ich nur gefragt, was das soll. Und die Musik, äh, weißt du, woher die ist, zufällig? Welche? Ja, in den Credits. Ja, die hat, äh, haben, haben ich und Vakana reportet. Ja, und woher ist die? Weil mich hat die... Das war eine bestimmte Vermutung. Ja, mich hat die enorm an Talos Principle erinnert. Aber... Nee, nicht so ganz. Das ist übrigens die gleiche Credits Musik wie in Munerva auch schon. Ah, okay. Nee, ich hab nämlich dann das halbe Video, hab ich dann gefachsimpelt, wie dieses verdammte Spiel nochmal hieß, an welches mich die Musik erinnert hat. Und ich kam einfach nicht immer auf den Namen Talos Principle. So gegen... Kurz bevor ich gecheckt habe, dass ich gerade auch noch dieses Weihnachtsding da durchlaufen lasse, kam ich dann auch drauf, dass es Talos Principle heißt. Da war ja gestern der Part der vielen Erkenntnisse. Das war ein ganz wilder Part wieder, ja. Aber gut, okay. Wie viel Bier hattest du im Tuts? Nee, ich hatte überhaupt kein Bier im Tuts. Ich war einfach nur müde. Ah, okay. Gut, dann können wir jetzt den... Achso, das ist ein Switch jetzt wieder. Oh je. Ja, richtig. Der wird schnell gehen, hoffe ich. Ist das einer der leichteren? Ja, okay, ich bin gespannt. Nein, das ist einer der schwereren. Achso. Aber lustig, sehr, sehr lustig. Bestes Gimmick überhaupt. Oh je. Ach. Du Schande, das ist vor allem nicht... Oh Gott. Mhm. Puh, okay. Ich habe zum Glück eine sehr große Fläche. Das ist schon mal gut, das heißt, ich kann viel ausweichen. Oh, Junge. Wenn du willst, mache ich die Fläche noch kleiner. Nee. Nee. Ach Gott. Meintest du das jetzt ernst, dass der leicht ist, oder? Oh je. Ich habe gesagt, dass das schwierig ist. Ah ja, du hast gesagt, er soll schnell gehen, oder so. Ich habe gesagt, dass der lustig ist. Das hast du richtig. Ja, doch, doch, aber... Ja, aber wenn ich mir jetzt überlege, dass noch ein paar Münzen gefehlt haben... ... ... ... ... ... ... ... Ich hatte es ja gerade schon fast. Ich musste dann aufpassen, wenn ich da hochgehe, dass ich dann erst den drücke, dann den, und dann... Aber ich bin gut, die Flamme kommt da nicht hoch, also eigentlich kann ich dem ja problemlos ausweichen. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht, dass ich gleich weiß, was los ist. Äh, okay. Gut, also da dürfte es dann eigentlich keine großen Gefahren noch geben. Ich brauche halt den Pilz. Richtig. Gut. Das ist relativ simpel. Gut, 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 dann kriegen wir das doch hin. Ich wollte halt irgendwas bauen, was zum Thema Rot passt, und dann habe ich halt das Dreieck genommen. Ach, deswegen kam bei dem einen auch so ein gelber Koopa raus. War das der gelbe Switch dann gerade? Richtig. Ah. Deswegen war der blaue unter Wasser. Und deswegen war beim grünen... Was war beim grünen? War da eine Schelle? Beim grünen waren die grünen Bohnen an der Seite. Ach, ja, richtig. Nur mit dem blauen bin ich noch nicht so 100% zufrieden, aber... Der ist halt der Schwierigste, also... Wobei, der, wo man hin und her springen muss, der hatte auch schon so seine Momente. Der ist eigentlich einfach. Ah, mein Gott, was tue ich? Nein, wir sitzen hier keine Stunde. Auf gar keinen Fall. Ich muss das einfach so machen wie vorhin. Ja, so nicht. Okay. Wenn der sich immer gleich verhält, kann ich mich da drauf verlassen? Ja, okay, das ist gut. Wenn du dich immer gleich verhältst, verhält er sich auch immer gleich. Das ist sehr gut. Das war nicht so gut. Aber ob man... Also, dieses Gleichverhalten, das kann ja auf einer Subpixel-Ebene passieren, theoretisch. Und dann kann man das gar nicht so exakt kontrollieren. Also, es könnte so sein. Ich weiß es nicht. Das sieht doch gut aus. Nein, es fehlen zwei. Es fehlen zwei. Okay. Okay, wir kommen da Sachen näher. Ach, Mist. Nein. Ich glaube, der kommt noch mit der Flamme nicht so hoch. Ich glaube, wenn ich da drüber springe, ist das grundsätzlich einfach... Ah! Grundsätzlich einfach in Ordnung. Ich glaube, ich mache mir da viel zu viel Steuers. Nein! Jetzt ist er genau in die Münze gerattert. Okay. Bin da mal schon im Überlegen, wo es auf der Oberwelt eigentlich dann danach weitergeht? Ich glaube, es gibt tatsächlich gar nicht mehr so viel. Ich glaube, du hast tatsächlich die Hauptroute dann übrig. Ah, okay. Gut zu wissen, wo die dann ist. Bin auch echt im Überlegen, wo ich noch hin muss. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ach, Mensch, in Scanner. Du bist schon erstaunlich weit, muss ich sagen. Ja, wir haben ja auch schon... Das ist jetzt schon der 28. Part, also... Für den 70... Ich möchte dich übrigens bitten, irgendwo in der Special World müssen wir schlimmstenfalls dann mal aufhören. Einfach, weil dein Level gerade umgebaut wird. Und das sollst du natürlich dann in der neuen Version umspielen. Meinst du, wir kommen auch schon in die Special World? Reinkommen, ja. Wie weit wir da kommen, mal schauen. Okay. Ach, Menschenskinder. Warum wird es umgebaut? Weil, wenn du alle Level ohne Save-State spielst, dann nein. Dann brauchen wir noch drei Jahre oder so. Wird es schwieriger gebaut oder wird es leichter gebaut? Wenn es schwieriger gebaut wird, werde ich nicht aufhören. Das ist alles nur eine Frage der subjektiven Empfindung. Ja, ja, gut. Das ist richtig, aber es gibt ja einen Grund, weshalb du es veränderst. Also, ist es aus deiner Sicht zu schwierig oder zu leicht? Aber wenn du schon so antwortest, dann wird... Es ist noch nicht zufriedenstellend. Ja, ja, ja. Ich verstehe schon. Dann werde ich es spielen. Das Level hättest du sowieso ohne Save-State spielen müssen. Ich kann es ja notfalls auch zweimal spielen, wenn es wirklich irgendwas so Dramatisches ist, dass du sagst, du willst, dass das anders gespielt wird. Nee, ich würde wirklich sagen, dass du das Level bitte außen vor lässt. Okay. Das hat schon seinen Grund. Das ist ein ganz besonderes Level. Okay. Ja gut, erstmal müssen wir hinkommen. Wenn wir jetzt doch eine Stunde hier diesen Switch-Palace aufnehmen, dann ist das natürlich noch mal eine andere Geschichte. Ich muss mich konzentrieren. Ich darf nicht so viel quatschen. Ja, ne? Am Anfang hast du noch gesagt, das ist doch voll einfach. Ja, ist es halt auch. Ich lasse mich nur schon wieder von mir selbst ablenken. Ja, wenn du jetzt nur nicht ins Feuer reinspringst, bevor du die letzte Münze sammelst, ist alles perfekt. Nein! Also das wäre deutlich schwieriger, wenn das hier in diesem Rahmen hier wäre, dass man hier irgendwie... Es würde zwar auch irgendwie gehen, aber es ist schon ganz gut, dass man das ganz weit nach links und rechts ziehen lassen kann. HF hatte sogar noch eine deutlich einfachere Version. Noch einfacher war es? Wie das denn? Weil da, wo jetzt diese Turn-Blocks sind, war vorher auch Boden. Achso, die komplette Fläche war voll. Richtig. Ja, wow. Ja, danke. Der HF ist ein bisschen schnell durchgekommen, deswegen habe ich es zumindest etwas schwieriger gebaut. Danke, HF. Kann ja nicht sein, dass Conan hier einfach in drei Minuten durch ist. Ne, das bin ich leider tatsächlich nicht. Ach, Mann! Ach, komm schon. Übrigens darfst du dich auch bei Twakes bedanken. Inzwischen hat der Final Boss drei Phasen und nicht nur eine. Das hast du irgendwann schon mal. Aber ich weiß nicht, ob du es in der Aufnahme gesagt hast. Kann sein, dass du es... Nein, das war außerhalb der Aufnahme. Ah, sehr gut. Danke, Twakes, vielleicht, eventuell. Wer redet dann beim Final Boss wieder drüber? Ja, er hatte auf jeden Fall seinen Spaß damit. Okay. Hab schon gesehen, Twakes wurde auch gegrüßt in den Credits. Ups. Ja, so wie alle Playtester letztendlich. Ja, und der Beste kam zum Schluss. Nein, du Nuss muss nach oben. Ne, ne, wo bist du denn hin? Ah, jetzt hab ich's verpasst. Ich lass mich schwer ablenken hier. Wieder Konzentrationsphase jetzt. Gut. Wieso geht denn die jetzt nach da? Wollte ich doch gar nicht. Äh, gut. Dann nicht. Nein! Weil ich werd das doch bis 15 Minuten hier geschafft haben. Kann doch nicht sein. Was sieht das? Das sah am Anfang so gut aus. Nippen! Nein, jetzt geht er wieder nach links. Rechts. Ich glaub, ich geh schon mal Popcorn aufwärmen. Mann! Wieso geht denn der jetzt immer da nach rechts? Ich drück doch le... Bin ich doof? Das hat er doch sonst nicht gemacht. Hallo, was mach ich denn? Nein! Ich bin verwirrt. Hallo, jetzt macht ihr das schon... Hä? Ich bin gleich legit irritiert hier. Jetzt mach ich denn seit ein paar Versuchen, dass er da plötzlich nach links weg geht. Äh, nicht nach links weg geht. Ja, du drückst anscheinend nach rechts. Ja, irgendwie schon. Na! Okay. Brauch wieder Konzentrationsphase. Wo ist sie? Brauch die Phase, wo wir vorhin fast 29 hatten. Sag mal! Okay, jetzt gehen wir mal ganz nach unten als erstes. So, das ist doch schon besser. Ja, sehr gut. Hm. Wie? Äh, ich... Ich brauch ne... ne Strategie. Bisher noch keine so richtige Strategie. Das ist bisher mehr so... Trial and Error. Das sah doch jetzt gut, das wären jetzt so viele genug... Mann, das wären genug Münzen gewesen. Ich hätte sie nur noch sammeln müssen. Traurig. Mist. Und komm, hast du eine erfolgreiche Strategie, setzt du sie nicht mehr um. Ja, ich... Die war jetzt auch nicht so, dass ich sie... Gedanklich festhalten hätte können. Ich spiele einfach nur auf Trial and Error. Nein, das war auch schon wieder gut. Nein, äh, sehr gut. Bin ja schon sehr gespannt, ob du dann im zweiten Raum doch noch irgendwie stirbst. Ja, aber da setze ich vor, auf jeden Fall mein Stay, das ist klar. Nein, das tust du nicht. Nein, das wäre ja langweilig. Dann lasse ich mich nicht... Ah, auf komische Dinge ein. Wenn du irgendwas Gemeindes eingebaut hast, dann ist das ja... Weißt du was, womit man nicht rechnen kann? Ah, ist das ja wieder was anderes. Mist. Weil an sich kann ich einfach nur gerade hochlaufen und ich kann es nicht mal beeinflussen. Also, ich verliere direkt am Anfang den Pilz. Das kann also auch nicht auf Schnell... Oh mein Gott, was mache ich denn? Kann also auch nicht auf Schnelligkeit gehen. Es könnte halt höchstens sein, dass man oben an einer bestimmten Stelle rausspringen muss. Und wenn man die Stelle nicht erwischt, dann hat man verloren. Aber, wie gesagt... Wenn ich die vorher nicht kenne, setze ich lieber ein Stay vorher. Beziehungsweise, ich kann einfach nie weinen. Ja gut, du darfst gerne den Stay setzen, nur laden darfst du ihn nicht. Sehr gut. Damit kann ich leben. Mann! Gibt's doch nicht. Es wäre natürlich schlauer, dich in einer Aufnahme dabei zu haben, wo nicht so ein Level ist. Aber hey, weil du da jetzt nicht allzu viel dazu sagen kannst. Ja, das hättest du wahrscheinlich gerade noch ohne mich hinbekommen. Ja. Ich bedenke mich wieder die Stimme deines Gewissens, die dir dann wieder um deines Gewissen redet, wenn du hier Safe States laden musst, weil du den zweiten Raum nicht schaffst. Nein, 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 obenrum. Okay, gut. Oh! Mann, wie habe ich denn das am Anfang gemacht, wo es so einfach aussah? Das gibt's doch nicht. Gleich mal Aufnahme stoppen und Video anschauen. Ja, das ändert ja auch nichts. Das ist ja... Also, es ist ja nichts, was ich nachspielen kann. Na, theoretisch schon. Ja, schwierig. Dafür ist das schon ein bisschen zu... zu exakt in seinem Movement. Oh mein Gott. Nein, jetzt rutsche ich da wieder ab, Mann! Ja, vielleicht soll ich noch Eis für Six hier einbauen. Ja, unbedingt. Ne, finde ich auch. Das fehlt hier noch. Aber ich bin ja dann eh durch und von daher kannst du das machen. Das hat Tweaks auch gedacht, bis ich ihm dann einfach die zweite Version mit drei Phasen beim letzten Boss geschickt habe. Na gut, aber er muss ja nicht spielen. Er wäre ja durch gewesen. Theoretisch schon, aber die moralische Verpflichtung besteht natürlich trotzdem. Mann, das ist doch nicht wahr, ey. Ich kann mich nicht konzentrieren. Nein, jetzt rutsche ich da wieder runter. Kann ich das vielleicht mal lassen? Du merkst schon, HF hatte wirklich eine wesentlich einfachere Version. Ja. Trotzdem verstehe ich es nicht. Eigentlich ist das nicht so schwierig. Wäre das genug gewesen? Ja. Scheiße. Ja, wäre nur schwierig gewesen, die alle zusammen. Ja, aber schon machbar. Wenn man halt in Ruhe... Also ich hätte ja so und so... Wobei, da waren ein paar ganz unten in der Ecke, ne? Richtig, ganz unten kommst du nämlich nicht so einfach hin. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Muss doch eigentlich möglich sein, sogar eigentlich nur in der Mitte zu bleiben, oder? Und einfach nur über das Ding drüber zu springen. Ja, wobei, das ist... Ja, das geht zu nah an einen ran. Nein! Vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, so zu tun, als ob das einfach so eine engere Fläche ist, weil man dann automatisch ein bisschen mehr rumspringt. Na, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist doch dumm. Alter! Jetzt ist es runterlaufen! Meine Güte! Ach, man merkt es vor allem immer erst dann, wenn man gerade schon fällt. Nein! Oh, ich will weiterspielen, Mann! Wenn ich ewig in diesem Level sitze, das sah am Anfang so gut aus. Und jetzt brauche ich ewig. Kann man nicht sein. Ja, das ist doch mal eine Münze mehr gesammelt. Schade, schade aber auch. Ich habe es gehabt. Scheiße! Das war echt gut. Mist. Ja, jetzt nur noch reproduzieren. Nein, das reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Nein! Nein, das weiß ich nicht. Ja, doch. Nee, nee, nicht ganz. Nicht ganz. Alles klar. Sag mal! Gleicher Fehler. Ja. Nein, jetzt bin ich neben rein. Wie lange brauchst du dafür eigentlich? Mal so interessehalber gefragt. Ja, eine sehr gute Frage. Wirklich gemessen habe ich die Zeit bisher noch nicht. Naja, aber schaffst du es relativ schnell, sodass du gar nicht praktisch die Zeit messen müsstest? Oder verbringst du da schon auch gerne mal 10 Minuten? Eher 10 Versuche, keine 10 Minuten. Ah, alles klar. Aber ich habe das ja auch gebaut. Was erwartest du? Ja gut, aber das heißt ja nicht, also man kann es ja bauen und trotzdem schlecht sein. Natürlich kann man das, allerdings... Es ist ja nicht schlecht. Es ist ja auch für die Jahre hier schon eine gewisse Strategie angeeignet, die du ja anscheinend noch nicht hast. Es ist ja mehr so Geschicklichkeit! Shit, ich bin durch! State, State, Nein! Sticks, State, 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 State. Ist mir egal. Ich habe das. I don't care. So einfach, Sarah, aber auch. Du musst einfach staten oben, mein Buch. Ich glaube es dir nicht. Oh Gott, da hat er mich in die Ecke gelegt. Aber wenn du jetzt stirbst, dann musst du es nochmal spielen. Lass mich erst mal gucken, was da los ist. Ich wette, ich muss irgendwo aussteigen. Hallo? Hallo? Ich habe Angst. Ah ne, okay. Alles gut. Aber ich hätte am Anfang, hätte ich noch, wenn ich nicht schnell genug hochgelaufen wäre. Der läuft ja nicht durch, der fällt ja erst nochmal runter, da muss man schnell reagieren. Richtig. Sonst ist die Unverwundbarkeitsphase vorbei. Ei, ei, ei. Ja, aber oben hätte mich der Geist nochmal erwischt. Mist. So. Ja, wo es auf der Oberwelt weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Haben wir doch tatsächlich jetzt nur dieses Level in dem Video. Naja. Wir sind alle stolz auf dich. Muss auch sein. Das war aber dafür der letzte Switch. Nee, ich bin auch nicht stolz. Vor allem, weil es am Anfang so leicht aussah und dann habe ich es doch nicht mehr ordentlich hingekriegt. Naja, egal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und tschüss.